Nick, runter! Gebiet räumen! Ich wette, sie halten unsere Leute da drüben im Hauptgefangenenbereich hinter dem Elektrozaun fest. Wir müssen den Strombewegungen wieder reinkommen wollen. Die Stromversorgung ist wahrscheinlich in dem Hauptgebäude. Also Nick, du kannst das unterschiedlich angehen. Du kannst dir deinen... Oder du gehst außen herum und suchst eine Stelle zum Hineinklettern. Wie der Kopf auch noch nicht mal in die Einstellung passt. Sind die bestimmt nicht genug und lassen dich einfach rein. Du musst entscheiden, Nick. Okay. Hey, 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 wo willst du hin? Ich kümmere mich um einen Fluchtwagen. Du wirst in das Hauptgebäude reingehen, wahrscheinlich ihr Hauptquartier, und den Strom kappen. Und dann rüber zum Gefangenenbereich. Wir treffen uns drinnen und werfen unsere Leute, die wir uns holen. Ja. Okay. Was ist der... Plan? Boah, die Maske ist aber viel zu groß für das Spiel. Richtig krass. Verkleiden oder reinschleichen. Ja. Ja, selbst. Sind wir hier schon hingelatscht? Verkleiden oder reinschleichen. Wir haben eine neue Psycho-Mission bekommen, aber die machen wir nach dieser Mission. Laut Manuel. Verkleiden oder reinschleichen. Ja, ich hab's geschafft. Ach, du auch. Hä? Ihm fehlt der Kopf? Ja, ich hab ihn geköpft. Was hast du denn gemacht? Ich hab ne große Limo und ein Bier genommen, beide kombiniert und getrunken. Halt die Fresse! Für kurze Zeit unverwundbar. Wat? Ja, gibt's. Unverwumpa. Unverwumpa. Ferngesteuerter Helikopter. Womit kombinieren? Mit der Machete. Äh, falsche Taste. Kombo. Ach genau, jetzt bleibt er stehen, ne? Oh, ist der Dumm, ey. Ja, wollen wir einfach amokmäßig reinrennen oder uns verkleiden? Ach so, ähm. Ich würde gerne mal amokmäßig reinlaufen. Das ist eher mein Stil. Sekunde, Leute. Ich bin ein bisschen zu behindert dafür. Ich hab's aber auch noch nie hiermit gemacht. Hä? Hä? Wie geht denn er mit dem Heli? Äh, du hättest die linke Schultertaste gedrückt. Ja? Kannst du ihn dann mit den Sticks lenken. Ich sehe ihn leider nicht. Ja, da wo du ihn halt hingestellt hast. Ja, er ist wunder gefallen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Emanuel hat seine Helikopter verloren. Weg damit! Ich mag die nicht mehr! Ich hab's einfach weggeworfen. Wo bist du in der Lande, oder was? 180 Meter! Hä? Ja, ich hab keine Waffen mehr. Ich muss mir ein paar holen. Okay. Soll ich da schon mal reinrennen? Wenn du möchtest, du kannst doch kurz warten und ein paar Zombies noch vorher davor töten oder so. Ja, das hab ich ja schon zu Genüge getan. Mit den Zombies. Soll ich da auch mal eine Bombe reinwerfen? Hast du sicherlich schon genug Zombies getötet? Welche Waffe denkst du? Hier sind so viele Nahkampfwaffen, aber ich weiß nicht, welche stark ist. Meine eiserne Klinge kommt mir nämlich nicht stark vor. Das weiß ich nicht. Ich nutze eigentlich immer dieselbe. Ich bin total eintönig. Immer die Stangenwaffe hier. Achso, ich hab gar keinen mehr in der Hand. Nein! Er beurte mich ja an die Hilfe! Ich werf das jetzt einfach da rein! Boah! Alter! Das ist ja nett. Sekunde, den töten wir sofort und... Ja! Okay. Ich hab vier verschiedene Ritter Waffen für mich dabei. Boah, alter. Schnell. Du bist schon drin, oder was? Ja, ich lauf hier schon ein bisschen rum, ja. Ich will auch einen töten. Ich will meine Waffenkisten. Kannst du noch machen. Die sind noch genug, glaub ich. Ich muss ja immer noch kurz hinfahren. Wie viel Hilfe? Ich brauch HP. Oh, meine Freundin kommt gerade wieder. Scheiße, Mann. Müt' mich mal kurz eben. Ja, Hilfe! Oder kannst du kurz pausieren? Geht das auch? Nee. Ich könnte hier wegrennen, aber... Okay. Kommt, die mach ich gut. Der macht Rambo. Ich will mich einfach kurz, ganz weiterreden. Gut, ich töte mal ganz kurz den paar Zombies. Mit dieser schönen Bombe. Ja, komm! Ah, nix geht über diesen scheiß Schnitter hier. Das ist so ätzend. Da könnten wir jetzt eigentlich schon reinrennen. Ah, macht er auch. Oh, ich beobachte dich. Ah, bin ich schon da? Kann ich hier rein? Ja, ich kann hier rein. Oh, ja, was zu essen. Oh. Superation. Geh' ich mal hier hoch. Das ist wahrscheinlich das Ziel. Ja. Eigentlich kann man die auch voll ignorieren und durchrennen. Das wird auch gehen. Ah. Warten auf anderen Spieler. Und er bleibt gerade stehen. Das ist nicht... Das ist nicht toll. Komm schon. Drück die Taste. Wo bleibt mein Feuerschutz? Komm schon. Hä? Nein. Krieg's Manuel, ich bin wieder da. Drück, drück. Ach. Drück, drück. Was ist da? Ja, ja. Was hast du gemacht? Ich bin nur reingekämpft, oder was? Ja. Was denn? Sie können die Stadt einfach nicht zerstören, solange ich noch nach ihm suche. Ich will meine sechs Tage, wie versprochen. Wie man nur die Nasenlöcher sieht, Alter. Wie man nur die... Gar nichts sieht. Als Oberbefehlshaberin befehle ich mich freizulassen. Wie schön, dass wir sie gefunden haben, Frau Präsidentin. Denn wir brauchen dringend einen Körper. Ja! Alter! Lassen Sie sie jemand niederrangigen fressen, filmen Sie es und spielen Sie es den Medien zu. Pusten Sie ihr dann den Kopf weg. Wie schnell wurde die denn jetzt zum Zombie, Alter? Zombie-Burm. Er war nicht beim Museum mit seiner Einheit. Wir müssen ihn finden. Ich habe Ihnen diese Fantasie erlaubt, weil ich Sie gerne verwöhne, Marian. Die Chips-Deaktivierung wird nächstes Mal nicht so leicht. Das liegt an der Strahlung, mit der wir die Chips deaktivieren. Sie verändert sie. Das könnte sich als Segen erweisen. Meine Männer sollten Mutationen zur Analyse mitbringen. Diese Substanz, die sie abgeben, Gelee Royale oder sowas, das könnte eine neue Waffe werden. Trottel! Konzentrieren! Suchen Sie die Quarantäne-Zelte ab. Wenn Sie diesen Diego nicht finden, töten Sie das ganze kranke Ungeziefer. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ist es die Oma oder der Opa, der Anführer? Ich denke, die Oma. Oh Mist! Oh nein, wir wurden erwischt! Ich habe einen Speer! Hä? Der Tod? Nee. Jetzt aber. Da! Er war schon ein bisschen in den Nebenraum. Nein! Was hast du getan? Ich habe den Generator kaputt gemacht und mir Armeestiefel geholt. Äh, nehmen wir die Blaupause aus dem Raum zuvor mit, vielleicht? Nee. Ich denke, weil wir konnten in den Bereich hier vorher noch nicht rein. Jetzt habe ich richtig schöne Schuhe. Die muss auf dem Gebäude drauf sein, die Blaupause. Wo denn in meinem Keller? Keine Ahnung. Wo und wird die Treppe? Ah, die ist zu der Tür. Ah, da ist es cool. Warte mal. Dann müssen wir aufs Dach von dem Gebäude kommen. Revolver. Aufs Dach drauf. Von wo? Vielleicht auch von dem Zaun da hinten, wo wir gerade drüber gestiegen sind. Oder, nee, hier warst du gerade schon probieren, ne? Ist das dann nicht derselbe Raum, wo wir dann, ja klar. Da wohnt der Zaun, wo wir durch müssen wahrscheinlich. Und warte, hier liegen überall Baupläne. Warte mal. Schau mal an. Da bei dem Truck ist ja auch einer drin. War nicht im Truck, oder? Aber drauf ist nichts. Ah, hier kommen wir auch gar nicht mehr hoch. Ja, hier drin liegt noch einer. Schauen wir mal, was ist das? Schlitterschuss. Schlitterschuss. Ah, da schießen die gleich in drei Richtungen. So, dann liegt da noch hinter dem Wagen liegt noch ein. Die jump hier gerade über die Dächer. Okay. Ich gehe mal noch in die ganze Militärtrucks. Schau mal, dass ich alle Baupläne für uns einsammle. Ah, von da vielleicht. Ich habe eine Idee. Ich habe noch einen. Was war in der Holzkiste? Das sind Boxinghandschuhe? Das ist der Bauplan. Raketenschlag. Ja. Sag mir nicht, dass ich jetzt einen Raketenwerfer mit einem Boxhandschuh kombinieren darf. Haha. Ja. Das klingt ja nach der geballten Ladung. Ich habe da schon was gesehen. Ich habe aber nicht gedacht, dass das irgendwas ist, was irgendwie explodieren könnte. Hä? Was brauche ich für den Raketenschlag? Da hat es eine Frage. Ah, so ein Propankanister. Und... Alter! So stark? Nein, aber schau es. Ich habe es noch nicht ausgeprobiert. Bist du schon oben? Ja, Sekunde. Wie denn? Äh, über einen der Laster. Bummer... Bummer-Axt. Bummer-Axt. Und Radkappe, schätze ich mal. Oder noch ein Ball. Nee. Ja. Genau das. Großartig. Wie behindert. So, noch was essen. Hm, happy happy. Kommst du? Oder... Ich hänge gerade in einem Zaun fest. In einem elektrischen. So, warte. Du musst aber sowieso nicht hin. Doch, wir müssen dahinter. Du bist schon richtig. Oh, ich wollte gerade wieder zurück. Ja, komm, dann zeige ich es dir. Ja? Hier hin. Ah. Ich zeige dir auch gleich meine Handschuhe. Ich habe sie noch nicht eingesetzt. Den Bummer-Axt habe ich auch noch nicht eingesetzt. Ah, du schon mal? Wie fett die sind. Lol. Hey, guck mal, es schwebt hier. Siehst du es auch? Ja. Oh, lol. Ich bin bescheuert. Ja, aber dann schieße ich. Fäuste. Lol. Könntest du auch aimen? Ja. Oh, pass auf, da ist ein Laser. Da ist ein Laser. Unter dir. Komm mal, direkt neben dir. Oh. Aua. Jetzt nicht mehr. Ich würde gerne mal damit einen bewerfen. Ja, überall hier die Laser. Hast du gesehen? Wie cool sieht das denn aus? Komm mal mitnehmen, ne. Schade. Dann kommen wir dann erstmal zum Ziel. Uh. Wow. Komm, die hoch. Ach, schade. Aha. Den Taktikhelm hat er mir hier drin verschwiegen. Ach, den habe ich auch nicht genommen. Nein, den hatte ich doch schon. Oder? Wir müssen jetzt hier an dem Gebäuderand vorbeilaufen. An dieser ganzen Stelle. Ich überlege gerade. Nee, da kommen wir noch nie im Leben vorbei. Ich probiere einfach mal von hier aus, oder? Wir können doch hier hoch. Ja klar, deswegen sind auch die Laser. Wir können hier hoch. Nein. LOL. Es hat sich gedreht. Wo möchtest du? Hier ist auch noch eine Bauplause. Pause. Blaupause. Ja, da drüben müssen wir ja nicht hin. Das ist ja komplett falsche Richtung. Ja, aber dann können wir einmal rum. Hä? Aber. Wir können da nicht einmal rum irgendwie, sodass wir da... Okay, geht nicht. Nee, das ist eh außerhalb der Basis. Die hätten wir auch so holen können. Ach, Mann. Jetzt bin ich wieder hier oben. Ah, da ist eine Statue. Dann laufe ich mal hier unten. Vielleicht kriegt man das doch auch so irgendwie auf. Ja, aber ich würde sagen, da laufen wir dann jetzt hin und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.